Yo Leute, herzlich willkommen zum Kulti-Krepp-Battle-Turnier. Ich bin euer Moderator Laris. Die Leute sind schon richtig hyped auf das Turnier. Darauf habt ihr gewartet. Ich freue mich sehr, euch hier auf der Bühne am Galgenplatz begrüßen zu dürfen. Nach langem bürokratischen Hackmack konnten wir nun endlich die Bühne neben Evil 7 Speargarten aufbauen und das Battle kann beginnen. Ich präsentiere euch den DJ der Veranstaltung. Einen kräftigen Applaus für DJ Mo. Eigentlich wollte DJ Zabas die Beats für das Battle einspielen. Allerdings ist er mit Windy auf Stephon One gefahren und hat nach eigenen Angaben keinen Bock auf Hip-Hop. Immer dieser Hardstyle-Fans. Ich werde diese Dooley-Musik einfach nie verstehen. Na egal, wir sind hier wegen des Battles. Ihr wollt Bars, ihr bekommt Bars. Den Auftakt machen zwei besonders talentierte Emsis. Bevor wir zum eigentlichen Battle kommen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und auf unseren Sponsor aufmerksam machen. Im obere Viertel bekommt ihr euren freshen Trieb für das nächste Hip-Hop-Event. Nicht lange nachdenken. Holt euch paar geile Klamotten, Leute. Leute, dort bekommt ihr echt was für euer Gold. Aber nun zurück zum Battle. Es treten gegeneinander an. Konstantino, der Alchemist. Gegen Benedikt den Schmied. Macht mal bisschen Lärm, Leute. Lasst uns keine Zeit verlieren. Konstantino fängt an. DJ Mo kick den Beat. Jetzt wirst du dein blaues Wunder erleben. Alter Mann. Von wem? Du kannst direkt einpacken, Junge. Gebt euch die Bars für eure Runden auf. Achtakt, der Schlagabtausch. Let's go. Yo, der Alchemist ist jetzt dabei. Und drop brutal. Diftige Reins. Gibt ihr Säure-Extrate frontal ins Drecksfeest hinein. Du bist ein talentloser Schmiedebengel und hässlicher Spaß. Ich glaube, Rotsches hat den Pender nen Gesichtsschliff verpasst. Alchemie ist Wissenschaft. Sowas verstehen nur ne Lärte gut. Du Opfer wirst erprängt in einem kochenden Kesselkräutersud. Klopp mal auf dein Eis. Der Alchemist wird mit dem Sieg einkehren. Grabier den Amboise in den Arsch und sneck dich weg wie ein paar Goblet-Mensch. Hast du dich verlaufen? Oder ist Freigang in deinem Altersheim? Gib mir nur Partei. Dann wird dein Aufsicht hier gescheitert sein. Du Badmess in der Gatt der Geist. Laber du weiter bei langlosen Scheiß. Halt deine Fesse, du Hundsohn weißt, dass ich dein Gebiss aus dem Liefer ausweiß. Ha! Hab nen Armer zum Schmieden. Wer dich Ränder heut besiegen. Wirst am Boden vor mir liegen. Bitch, wenn du reinst, kommt von mir nur ein sprühender Kottstrahl. Deshalb hau ich dich weg mit meinem blühenden Rohstahl. Dein blühender Rohstahl. Da hab ich ja richtig Angst. Jede Nacht im Altersheim fragt deine Roma nach meinem Schwanz. Oh, sag ich, dass ich vor Tod-Altern nicht performen kann. Seh ich schon in Erektion an meinem Drachenwurzel-Tank. Du dummer Vogel kannst nicht weg und deine reine Übel ist ungecheck. Schau dir beim Versagen zu und Snickler bei ein Dunkelpiss. Du Kleid, dein Lümmel hast nix drauf. Wirst losgestellt vom Opa. Ist nicht eigenständig, sondern nur ein Schusshüllchen von Ona. Change. Na meinetwegen, dann bin ich alter Schusshüllchen von Ona. Doch dein Immunsystem ist schwach. Ich hatte immer noch kein Corona. Du alte Leiche hast weniger als jeder andere Rapper drauf. Nehme den Dolch und stecke schnell zu, als wäre ich auch sepperkraut. Ich hau dir auf den Sack, mich zu betteln, war ein Mistake. Drück dein Drecksfies ins Schmiedefeuer und mach daraus Fakkelsticks. Du seniler Haufen, Rappen, Scheiße stinkst, also nerv mal nicht. Verpasse dir alle da am Spiegel und mit nem Feldknütter weg. Schiss dich aus mein Gesicht, das gelingt dir leider nicht. Die Leute Wuten rollt für mich, du dreckige Versager Bitch. Leg dich nicht mit Konstantino an, denn der ist der Genie. Ballert den Wabbel halt steil und verkörpert die Hiphop-Philosophie. Ah, du wirst gefickt und zwar wie nie zuvor. Zerwege dich mit meiner Sichel in meinem Archimilabor. Dann nehm ich die Flasche und jetzt kommt der Hammer. Pisse rein und mach daraus einen Heifat für deine Mama. Change, du pisst in Heidtränke und du pisst in deine Winde. Frag ich Valentino nach dir, sagt er, dreckig dies Gesinge. Du kannst mich nicht verdrohen, du seniler Kreis. Mit Mitnetäten verpiss dich von der Bühne, du hast das höchst alte Überschritten. Gut, ich beende mal das Battle, denn du bist besitzt. Deine Reine sind schlecht, meine sind fresh, wie im Minenteil das Eisgebiet. Komm mit einer Fackel ins Labor und verbränn es. Macht ihr meinen Namen? Ich wähl der Söldnerschmied. Das war doch mal ein saftiges erstes Battle, Leute. Ihr wisst, wie es läuft. Dem Community Post von Korinis Pictures könnt ihr abstimmen, welcher der beiden Rapper dieser Runde gewonnen hat. Der Gewinner hat sich dann ins Halbfinale qualifiziert. Der Verlierer ist raus. Entscheidend sind natürlich die Punchlines, die Rantechnik, der Stil und generell natürlich auch die Delivery. Überlegt euch also gut, für wen ihr voten wollt. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Im Battle von Core Under gegen Boss bei den Bockner. Das wird spannend. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es soweit ist. Beim Gurticap-Backel-Turnier. Ich sage, Peace out. Ich bin draußen. Brusticap-B Hab Antonis Millar Schluck. Ich bin draußen. Bistava. Jennifer entend Amen. Komöcker toren sighslung. Bis zum nächsten Mal.